Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf StreetPass Germany. Heute geht es bei uns um The Legend of Zelda Breath of the Wild, genauer gesagt um die Xander Blade Chronicles 2 Mission, die es seit heute gibt. So, hier seht ihr schon die Mission. Ihr müsst in den Nachthimmel blicken und drei rote Sternschnuppen finden. Einmal vom Zentrum der größten Brücke nach Süden, vom linken Auge des Totenkopf nach Osten und vom durchstochenden Gipfel nach Südosten. Wir machen uns auf den Weg zur ersten, das wäre die größte Brücke in Hyrule, also die Hyliabrücke von dort aus nach Süden und dort seht ihr auch schon die Sternschnuppe. Dort angekommen findet ihr immer eine Truhe vor. In der Truhe befindet sich immer ein Teil der Bergungstaucher Ausrüstung. So, der zweite Teil ist vom linken Auge des Totenkopf nach Osten. So, das bedeutet, ihr müsst zum Totenkopf-Teich, dort könnt ihr euch ja direkt zum rechten Auge teleportieren und vom rechten Auge seht ihr auch schon die Sternschnuppe. So, das letzte Teil hat mich ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht, hat ein bisschen länger gedauert, aber ihr müsst zum Hebra-Gipfel. Von dort aus seht ihr die Sternschnuppe nach Südosten und dort findet ihr dann auch schon das letzte Teil. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat und geholfen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Dann würde ich sagen, wir sehen uns an einem weiteren Video wieder, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Haut rein!